Mit einer genialen Optik und vielen funktionalen Stärken gibt dir die Leitjacke von Nike auch an Schlechtwetter-Tagen viel Spaß beim Training. Das schafft sie, indem sie dich vor Wind und leichten Regen schützt und dir gleichzeitig ein unglaubliches Gefühl von Freiheit gibt. Denn die Jacke ist nicht nur wasserabweisend und ein echtes Leichtgewicht, sondern aufgrund der verwendeten Fasern auch atmungsaktiv. So kannst du dein Training jederzeit genießen. Dank der Kapuze kannst du deinen Kopf bei Bedarf warm und trocken halten. Viel Platz für deine Laufutensilien findest du in der Brusttasche mit Klettverschluss. Mir persönlich gefällt das schöne Muster und dass man die Jacke oft und vielseitig einsetzen kann. Also lass dir vom Wetter nicht sagen, wann du trainieren sollst, sondern nutze die Leitjacke von Nike als leichte Schutzhülle. Du bekommst sie und die passenden Textilien natürlich über deine Runners Point Filiale oder hier online unter www.runnerspoint.com. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020